Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Adventure Map. So, heute mal nur mit mir, dem Mittag, weil die anderen fraglicherweise nicht online sind und ich nicht weiß, was die gerade machen. Also, heute spielen wir die Adventure Map T3C. Hier steht schon mal da. So, ich erkläre jetzt ganz kurz nur die Regeln. Hier könnt ihr auch hingehen. Also, es ist ja verboten, man muss ja auf Peaceful spielen. Dann ist es ja verboten, Blöcke abzubauen, Blöcke hinzusetzen. Halt das Normale, was in einer Adventure Map bzw. einer Jump Map normal ist. So, wir nehmen uns erstmal hier ein Denk und ne... So. Und schon kann's eigentlich losgehen. Ich werde heute mal zeigen, was uns hier erwartet. Den Link für die Map werde ich in die Beschreibung setzen. Jetzt sagen wir die Challenge 1. Beginners Playground. Difficult, Easy, Sprint Jumps sind erlaubt in this Challenge. Ah. Na dann. Let's go, Fingerbo. Let's go. Ja, das ist das... Was steht denn da? Ah. Das ist ja erst einfach hier. Wir werden gleich mal ein bisschen Musik reinmachen. Schön. So. Hier muss man wieder sprinten. Hopp, hopp. Oh, Tipp. Checkpoint, Stage 1. Hui. So, ja. Da können wir erstmal weiter quatschen. Ich muss das ganz kurz mal ein bisschen unterstellen. Da können wir erstmal schon mal weiter quatschen für unsere nächsten Projekte. Unsere nächsten Projekte werden sein. Zum Beispiel... Also erstmal diese T3C. Komplett durchzumachen. Ich werde die nicht selber alleine durchmachen, sondern... Werde... Diese Map einfach mal... Mit ein paar Freunden zusammen. Fertig mal. Ja, das ist... Weil wir... Überlegt hatten. Wir könnten auch mal mal sowas machen. Und da ist mir das bisschen eingefallen. T3C. Schöne Map. Und... Weil ich die damals mal alleine gespielt hatte. Äh, die Beginners Playground habe ich noch nicht gespielt. Ich hatte damals die Challenge 7 gemacht. Und die Challenge 7 war eigentlich damals gar nicht mal so einfach. Hups. Wie die hieß, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Aber hat sie ja viel geändert, seitdem ich das gespielt habe. Vor allem die Map wurde ja geupdatet. Oh, verdammt. Was ist denn jetzt los, ja? Oh, geht doch. Was die anderen jetzt machen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vorhin war ganz kurz der Silberking 1234 online. Der war ganz kurz online gewesen. Ich mach mal ganz kurz die Schallplatte hier raus. Damit ich scheiße. Die ist nämlich zu laut hier irgendwie. So, gut. Jetzt ist es schön in Ruhe. So, ja. Das werde ich anscheinend mit dem Jaden Chor. Dem Silberking 1234. Und vielleicht noch mit dem Zecher machen. Ihr weiß nicht, wer der Zecher ist. Wer ist der Zecher? Der Zecher ist ein Bekannter von mir. Der gerne mitmachen wollte. Und das sehr gut ist. Weil der auch so ein klein... Der hat auch so eine kleine positive Macke. Was Minecraft... Minecraft versteht. Oder was Minecraft angeht, besser gesagt. Wie ihr gerade bestimmt seht, da geht gerade die Lebensmittel bzw. die Essence-Anzeige herunter. Ja, ich hab's vergessen, einfach auf diesen Server mal auszustellen. Auf Peaceful zu stellen. Das werde ich im nächsten Dreh haben. Aber das ist ja erstmal hier egal. Weil das ja schön ist. Da könnt... Oh, schon fertig. Äh, ja. Kurzes Abspannwort. Diese Folge erscheint nicht nur in 720p, sondern in 1080p. Also bitte mal in 1080p zocken. Und dann... ...haben wir ein Goldnugget. Easy. Das war's. Ich stelle mich jetzt wieder hier hin. Und dann sag ich einfach mal... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Mittag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.